Greifen Sie die Nadel mit der Kelly-Klemme im vorderen Drittel der Nadel. Richten Sie die Nadel durch Zug am Faden mit dem Nadelhalter aus, um diese dann im 90-Grad-Winkel zum Nadelhalter einzuspannen. Überdrehen Sie nun den Nadelhalter gegen den Ohrzeigersinn, um nur mit der Spitze auf dem Gewebe aufzusetzen. Dadurch können Sie mit einer Drehbewegung des Nadelhalters die Nadel durch das Gewebe schieben. Achten Sie beim Stechen auf den Austrittspunkt der Nadel, ist die gewünschte Position außerhalb der Kreismarkierung, können Sie den Nadelhalter ein wenig zurückdrehen und die Nadel im Gewebe neu ausrichten. Als nächstes greifen Sie die Nadel mit der Kelly-Klemme und öffnen den Nadelhalter. Greifen Sie mit dem Nadelhalter den Faden dicht bei der Nadel so, dass der Faden mittig aus den Wölfen schaut. Ziehen Sie die Nadel aus dem Gewebe, bis auf der anderen Seite noch ca. 3 cm Faden aus dem Gewebe schauen. Richten Sie die Kelly-Klemme mit der konkurren Öffnungsseite zum Nadelhalter aus und den Nadelhalter so, dass die Nadel von der Kelly-Klemme weg zeigt. Positionieren Sie Kelly-Klemme und Nadelhalter dicht über der Position des zukünftigen Knotens. Umwickeln Sie die Kelly-Klemme zweimal mit dem Faden. Ob Sie dazu die Kelly-Klemme oder den Nadelhalter bewegen, ist irrelevant. Danach greifen Sie das freie Fadenende mit der Kelly-Klemme und ziehen die Schlaufen auf den Faden. Ziehen Sie den Knoten fest. Öffnen Sie beide Instrumente und greifen nun mit dem Nadelhalter das nadellose Fadenende. Umwickeln Sie diesmal die Kelly-Klemme nur einmal in gleicher Richtung vom vorherigen Knoten und ziehen Sie den Knoten straff. Öffnen Sie beide Instrumente und greifen nun mit dem Nadelhalter den Faden dicht vor der Nadel. Umwickeln Sie die Kelly-Klemme einmal mit dem Faden in gleicher Richtung vom vorherigen Knoten und ziehen Sie den Knoten straff. Legen Sie beide Fäden übereinander, um sie dann mit der Kelly-Klemme zu greifen. Wechseln Sie dann den Nadelhalter mit einer Schere. Halten Sie die Fäden leicht auf Spannung, während Sie mit der Schere 3 bis 5 mm vor dem Knoten die Fäden abschneiden.